willkommen zurück ihr schwammeln mit einem neuerlichen let's talk warum sage ich schwammeln weil ihr euch das schon wieder anschaut natürlich wir haben es geschafft wir sind in den mühen der ebene angelangt wir haben seit dem letzten let's talk ganze drei zusätzliche abonnenten bekommen oder zwei keine ahnung sowas in die richtung das heißt ganz offensichtlich habe ich euch zu wenig beschimpft ihr da draußen denn auf das steht ihr ja ihr seid alles masochisten offensichtlich und wenn nicht gut zur advent kannst challenge wie schon das letzte mal gesagt es gab nur einen bewerber der hat dadurch gewonnen willkommen liebe 6c ihr habt es geschafft in diesen let's talk und ich möchte euch an dieser stelle sichern ihr wollt nicht dass ihr mich nächste woche seht weil ich habe vorhin gerade die letzten eurer protokolle verbessert und glaubt mir die waren keine freude zu verbessern es war schrecklich es war sehr sehr schrecklich und dementsprechend will ich euch auch gar nicht mehr weiter grüßen und tschüss das war die advent kannst challenge ich muss schauen ach ja genau der hauptgrund warum ich das jetzt gerade mache ist der dieses wochenende hatte ich familie hier bin deswegen überhaupt nicht zum computer gekommen ich habe deswegen auch glaube ich nur ein einziges mal oder zwei mal vielleicht irgendein video hochgeladen und mit dem welches dreimal geschafft haben das mag jetzt viel wirken für ein wochenende aber nachdem das wochenende ja schon am mittwoch abend begonnen hat ist es eigentlich gar nicht so viel ja entschuldigung das meine ich ehrlich gut ja meine tochter hat mir verboten dass ich auf youtube singe deswegen tue ich das jetzt auch nicht deswegen möchte ich euch anraten nachdem ihr mich jetzt nicht zum singen hört dass ihr aufhört youtube videos zu schauen und viel mehr anfangen solltet richtig zu denken was bedeutet richtiges denken das bedeutet ihr stellt euch zu irgendwelchen alltäglichen sachen fragen ich weiß das mag etwas schwierig für einige von euch sein für viele wahrscheinlich weil jahrelanges glotzen in dem bildschirm und und begaffen von irgendwelchen leuten sich zum affen vor ihnen machen macht geistig träge sagen wir es mal so aber hier ein paar anregungen an was könntet ihr denken ihr könntet euch zum beispiel die frage stellen warum ist der himmel blau ist doch eine schöne frage die könntet ihr euch stellen und dann könntet ihr euch überlegen habe ich das schon gegoogelt und dann googelt ihr es dann habt ihr immerhin irgendetwas gelernt oder ihr würdet anfangen euch hypothesen dafür auszudenken der himmel könnte zum beispiel blau sein weil irgendein riese am anfang der welt eine riesige schlacht geführt hat mit einem anderen riesen und beide riesen haben sich gegenseitig so lange die köpfe eingeschlagen bis die hirnmasse über die erde geronnen ist und ist dort noch immer an und diese hirnmasse so blau und deswegen ist der himmel blau das ist gut müsste man überprüfen versuchen oder ihr überlegt euch zum beispiel warum ist in der europa hymne folgende textpassage und ich darf die jetzt leider nicht singen weil wie schon gesagt meine tochter hat mir das verboten also ich halte mich normalerweise nicht an verboten aber in dem fall wer weiß vielleicht schafft sie es die festblatt zu erasen und das wäre nicht schön also auf jeden fall in der europa hymne gibt es die textseite wartet ich muss das ablesen deine zauber binden wieder was die mode streng geteilt ich habe einige theorien was das bedeuten soll aber nachdem ich sie heute kurz gehört habe die europa hymne nämlich habe ich mir gedacht ob das richtig ist was ich mir da denke kann ich nicht so genau sagen vielleicht wisst ihr das ja man müsste das im historischen aspekt betrachten weil immerhin ist das schon eine relativ alte hymne man müsste sich halt überlegen woher kommt das wohin geht das was wird uns der autor sagen oder ihr stellt euch eine dritte frage und oder einfach noch irgendeine andere frage aber die dritte frage die ich quasi an den kopf werfe ist warum sind kaninchen so kuschelig ja und damit bin ich schon am ende meines letzten talks angelangt und mit einer neuen challenge für euch die neue challenge wird lauten die kaninchen challenge kaninchen challenge sagt ihr jetzt ja ich möchte dass ihr süße knuffige kaninchen findet und mir postet sind kaninchen wirklich alle knuffig oder gibt es auch bösartige struppige und warum ist das kaninchen das wappentier der türkischen hauptstadt ankara weiß das jemand von euch diese fragen und viele mehr werde ich euch vielleicht im nächsten let's talk beantworten aber vielleicht seid sicher klug genug und könnt ihr euch selber beantworten wenn ihr nicht klug genug seid dann bleibt mir nur eins euch wüst zu beschimpfen kröten ist ein gutes wort ich glaube das habe ich noch nicht oft verwendet oder ekelige erdwürmer ekelige erdwürmer das ist gut dabei bleiben wir ist besser als ekelige egel gut und bis zum nächsten mal wünsche ich euch viel spaß und vielleicht sehen wir uns dann nochmal bis dann ach ja und jetzt viel spaß mit dem let's play hahaha ihr habt es wahrscheinlich nicht einmal bis hierher geschafft dann schaut euch das let's play auch nicht an herzlich willkommen zu meinem neuen let's play victoria 2 wir sehen weiters was wir hier haben wir haben mittlerweile sehr starkes österreich leider haben wir auch ein relativ starkes deutschland mittlerweile an unserer nordflanke russland und also vor allem russland ist natürlich nicht sehr stark frankreich ist schon stark ich bin mir nicht sicher ob deutschland nicht gegen frankreich gewinnen würde mittlerweile schwer zu sagen immerhin haben sie russland als bündnispartner gut wir versuchen einmal wir versuchen einmal unser glück weiter wir werden in den nächsten jahren etwas mehr in militärtechnologie stecken wir haben jetzt recht viel unsere technologie ausgebaut wir werden jetzt eher unsere Heerreiter ausbauen schon allein deswegen weil ich fürchte dass deutschland uns relativ bald wieder angreifen wird und so gesehen macht das durchaus Sinn wenn wir hier ein wenig weiter investieren wir haben auch weiter versucht wir werden auch weiter versuchen da noch mehr Forst zu bauen an unseren Grenzen und dass unsere gesamte Grenze mit Forst besetzt ist ich hätte mal da drüben mit Italien anfangen sollen das ist immer das Gebiet ein bisschen problematisch sein kann Spanien hat jetzt auch Rebellen die Arbeiter im staatlichen Arbeiterkomitee in einer unserer Provinzen haben vorgeschlagen allen Arbeitern einen zusätzlichen Tag pro Jahr freizugeben was ihr wollt ihr wollt einen zweiten freien Tag im Jahr seid ihr wahnsinnig das nächste Mal kommt es vielleicht auch noch auf die Idee und wollt es dass ihr am Tag maximal 14 Stunden arbeiten dürft da niemals niemals einfach zurück an die Arbeit genau wir lassen uns doch nicht von ihm zu einem Arbeitergesorgs dazu überreden dass sie weniger arbeiten müssen unglaublich da sind wieder 25.000 Osmanen das ist ja lustig aber das ist eigentlich gar keine schlechte Idee mit wem sind denn die verbündet mit Großbritannien noch zwei Militanz eins Bewusstsein eins Bewusstsein Bewusstsein wird immer bevorzugt gegenüber der Militanz wir haben noch immer kein einziges Wahlrecht keine einzige Wahlrechtsreform gestartet das ist natürlich so eine Sache das mit den Wahlrechtsreformen ähm was brauchen wir denn dafür noch wieviel Prozent 44,6 das ist sehr wenig und da 40,7 das ist noch weniger naja das heißt die Militanz im Reich muss noch weiter steigen das lässt sich sicher einrichten so wie wir spielen vielleicht holt sich Skandinavien ein wenig und wir können sie dann doch nochmal verwenden hm alle Bevölkerung in Somaliland der Prozentsoziale und unterstützen sozialistisch von den zwei Bewusstsein und kriegen vier Militanzen nö hm auch nicht wirklich besser naja nehmen wir das Oberschicht gibt es nicht so viel in Somaliland die drei Leute werden wir überleben wenn sie ein bisschen mehr Militanz haben hm wir werden sie respektieren wir sind nicht so so die 10. Armee wo schicken wir die hin? auch an die Grenze und zwar und zwar wohin und welche Karlsburg äh Karlsbad oder Katowicz oder Lignitz hm einmal Katowicz das zeigt auch den Russen dass wir da sind und das ist nah genug bei den Deutschen bei der deutschen Grenze dass wir hier ständig ähm dazwischen reingehen können im deutschen haben wir mittlerweile eine Monsterarmee hier rumstehen hm kommen wir da mit irgendwie? das glaube ich gar nicht ich glaube die machen wir uns einfach fertig wenn sie uns den Krieg erklären ich bin nicht sehr optimistisch naja schauen wir mal wir sind ja jetzt relativ schnell in der Erforschung wie ihr seht wir könnten das da mal machen da sind wir ein bisschen besser drauf da haben wir noch mehr Moral im Kampf und wir werden da noch weiter ausbauen an der Grenze Sensch kriegt auch eine und vor tja hinter mir ist das Kaninchen wieder aufgetaucht nachdem es vorhin versucht hat zu fliehen auch nicht schlecht auch nicht schlecht noch mehr Steuereffizienz oh plus 5% Fabrikdurchsatzeffizienz sehr gut sehr gut unsere Fabriken werden immer besser warte mal haben wir in Panama gar keine Fabrik stehen wo haben wir eine Fabrik stehen aber die ist wahrscheinlich geschlossen naja das ist so sinnlos die Fabrik in Panama für die 2-4 Leute die da sind braucht man die eigentlich gar nicht bauen was ist denn Tarn and Force? hmmm nö irgendwann intervenieren billiger Bevölkerung bedeutet im Endeffekt dass wir dort vielleicht immer mal schneller einen Staat gründen können so Chile wir können Chile ja vertraut steigern sehr gut Brasilien wir müssen senken von Großbritannien die haben es nicht besser verdient Deutschland mag uns noch Japan mag uns noch Deutschland nicht Nanuna Skandinavien mag uns sonst werden die besser hätten die ja mal eine sozialistische Regierung die Skandinavier na schon an hm noch mehr Liberale na gut nicht so viele aber immerhin ein paar mit 4% Militanz geht es sich wahrscheinlich trotzdem noch nicht aus dass wir dass wir was Neues machen wir könnten natürlich wieder die Regierungspartei wechseln das wird die Militanz auch steigern vielleicht könnte man dann was machen hm ja wir respektieren den Glauben von diesen armseligen Leuten huch und erneut versuchen die Deutschen das bitte sagen wir dass Großbritannien nicht dabei ist Großbritannien ist nicht dabei danke ha nimm das Deutschland äh wir machen wieder das gleiche wie letztens wir nehmen wieder die Radikalen an die Regierung und wir ändern das mit dem Haushalt ein bisschen zähle runter auf 0% dafür die Militärausgaben auf 100% ach gut die Steuern hier auf 100% hier auf sagen wir mal 70% da brauchen wir gar nicht so hoch sehe ich gerade gehen wir auf 90% dass die Leute ein bisschen besser überleben können und auf 80% 65% mittlerweile ist meine Steuereffizienz schon sehr hoch darauf darauf na ok vielleicht brauchen wir doch jetzt brauchen wir Schiffe brauchen wir Schiffe in dem Krieg ich glaube nicht gut Württemberg Bayern und Baden haben wir mal die Reserven ha wir übernehmen die Führung im Krieg das ist sehr gut Württemberg hilft Sachsen hilft und Baden hilft das ist sehr gut wir lassen uns von euch auseinander nehmen Deutschland hm der zweite Krieg gegen Deutschland und dieses Mal ist kein Großbritannien dabei das heißt wenn wir den Krieg gewinnen na warte mal warte mal warte mal du bleibst da mal da die kommen sicher da irgendwie nein doch nicht die gehen nach Halle ah komm schon komm da rüber zu mir sei ein guter guter Deutscher geh da rüber und lass dich von uns äh lass dich von uns in die Falle locken nach Brün nach Prag nach Puh wo hat jetzt Cardowatz so dann haben wir hier noch 30.000 Mann die nach Tropo gehen und 30.000 Mann die nach Tessin gehen Stendalhalle wir müssen auf jeden Fall verhindern dass Sachsen schnell aus dem Krieg rausfällt vielleicht könnten wir wir gehen nach Posen hier jetzt mal nach Küstrin vielleicht können wir dort eine Falle stellen hier geht's mal nach Küstrin und jetzt Küstrin kann man von zwei Seiten beschützen jetzt schauen wir mal wie lang brauchst du nur noch Küstrin bis zum 7. Februar 5. Februar sehr gut oh die sind gleich schnell wie wir in Küstrin das war nicht gut jetzt greifen wir ihn an und nicht eher uns das war nicht gut ach geh okay damit haben wir gleich unsere erste Armee vernichtet quasi nein du bist da hier du bist da hier du bist da hier so wie kommt es hier gerade nach das ist daher für den Fall dass die Deutschen auf die Idee kommen mit Schiffen hier anzulegen aber das kann ich mir eh nicht vorstellen aber was weiß ich was weiß schon ein Fremder ach Gott ist gedankt wir sind noch rechtzeitig mit den Leuten dazugekommen so 14.000 Mann können wir euch nach rückwärts schicken das wäre schön wenn wir euch da wegschicken könnten hm hm ah sie haben auch mobilisiert ab boah das ist ein Wahnsinn wie viele Truppen die er hat unfassbar eigentlich. Wie macht das der Computer? Wo ist man gekommen? So, wir haben zwar mehr verloren, aber nicht so viel mehr als man denken würde. So, wer geht nach Kohlberg. Wo ist ein Kohlberg? Da oben. Der geht nach... ...Brenzlau. Hm. Wie geht es da her? So, wir haben das Lichtnetz. So, wir haben das Lichtnetz. Das ist dann mal da her und unterstützt die mal beim Kohlberg. So, wir haben das Lichtnetz. Der oben. Die 20.000 kann ich auch erledigen. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die aus dem Krieg ausscheiden, schnell. Hm, vielleicht sollten wir... Na, zuerst versuchen wir mal da diese Leute aufzureiben. ... ... Du gehst noch mal zum Erholen hierher. Hm, ich gehst mal da hier mal schauen. Du gehst da hier und du gehst da hier. Da habe ich noch Truppen zur Verfügung. Dann habe ich 90.000 Leute rund um Dresden. Schauen wir mal ob er da angreift, ich hoffe es fast. Ich glaube mit den 50.000 könnten wir mit den 90.000 klarkommen. Ah, fähig. Geht nach Cottbus. Nö, 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 nö. Sachsenmeiningen lassen wir da noch drinnen. Vergiss es. Du bleibst als Warscourt da. Die lassen wir dann nicht so leicht raus. Bis zum 20. Februar. Was ist denn jetzt? Ah, ah. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wo geht der hin? Nach Küss drin. Du gehst auch 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 nach Lignitz. Schauen wir mal. Martin Stahl. Das ist noch eine Art und Weise Stahl herzustellen. Du gehst auch nach Küss drin. Ah, treff drauf. Ah, treff drauf. Okay. Hm. Die Rollsätze dort. Morgen. Gut. Und du? Auch in ein paar Tagen. Und du gehst auch dorthin. Nein. Wo gehst denn du hin? Du gehst da her. Du gehst da her. Das ist ja lustig. Was macht denn die mit seinen Truppen da? Ah, schießt sie aus dem Wald. Bist du wahnsinnig. Oh, 12.000 gegen 4.800. Du gehst dorthin. Du gehst dorthin. Gut. Wo gehst du hin? Nach Stettin. Ah, wir sind noch fast vollzählig alle. Mit etwas Glück sind wir sogar vorhin dort. Hm, leider nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Komm schon. Schlag von Küstrin gewonnen. Sehr gut. Wo gehst du hin? Nach Braunberg. Dort können wir ihm nicht folgen. Dorthin können wir ihm definitiv nicht folgen. gehen. Du nach Breslau. Du nach Lignitz. Und du gehst nach Prenzlau. nach Kohlberg. Oder nein, nach Kohlberg. Die wollen die 10.000 Mann ja abhalten davon, dass sie in die Richtung fliehen. sehr gut. Ja. Sehr gut. 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 So schaut das aus. Können wir euch. Okay. Den können wir jetzt natürlich nicht ersetzen. gut. 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 Weil wir da den verschwinden kann. Die müssen. Gute bleiben da. vernichten. Stettin haben wir gewonnen. Ah, die rennen noch immer weiter. Ärgerlich. So, na gut. Wohin? Das war in der Münde. Aber wir lassen die schwächste von denen zurück, nämlich ihn. Wo gehst du hin nach Oppeln? Okay. Nein, das interessiert mich nicht. Posen gewonnen. Sehr gut. Können wir diese 9000 Leute nach Liegnitz schlafen? Komm, schauen. Die könnten wir ruhig nach Liegnitz bringen. Wir haben was? Wir haben die Schlacht in Olmütz verloren? Dafür in Breslau gewonnen. Wow. Und wir auch noch. Gut. Okay, aber auch da haben wir nicht wirklich so verloren, wie man sich das denken würde. Wo gehen denn die hin? Das ist ja interessant, was die da machen. Wir haben irgendwelche Truppen von ihm. Boah. Ärgerlich. Wir haben nichts besseres zu tun. Wir haben nichts besseres zu tun. Wir haben den Kampf so gewinnen, dass danach kein Typ mehr von ihm übrig ist. Schwierende Beleidigung. Kriegsgrund gegen Afghanistan. Hm. Na okay. Soll es sein. Hey, wir haben eine Ölpumpe entdeckt. Das hilft uns nicht wirklich viel, weil wir keine Ölproduktion haben bei uns im Land. Aber was soll's. So, wir sind in Raditz-Kralowetz angekommen. Wohin gehen denn die? Nach Karlsbad? Könnten wir das auch? Nein. Wie lange? Bis 2. April. Also bald. Wo sind denn die? Karlsbad am 7. April. Das geht sich sicher nicht aus. So, was machen wir mit diesen 114.000? Wir könnten diese 15.000 versuchen zu erledigen. Wir könnten auch versuchen hier ein bisschen aufzuräumen. Nein. Diese 15.000 sind da ziemlich allein und die stehen da einfach rum. Die werden wir als erstes machen. Wir könnten auch da die Sachsen unterstützen. Aber diese 2.000 Mann sind uns wurscht. Da sind die Bayern da wichtiger. Hier geht's da einfach nach. Mal schauen, ob die noch irgendwie erwischen können. Diese 2 Einheiten da. Das wäre schon irgendwie wichtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben sie aufgerieben. Gut, hier geht's da her. Und schauen wir mal, ob wir diesen 2.000 Mannen noch helfen können. Jetzt sind wir dort am 4. April. sehr gut, da werden sie stehen. Da können wir sie erledigen. Und auch diese 14.000 könnten wir bald besiegt haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Chemnitz besiegt. 5.000 Mann, die hier rumstehen. Ja, da kann man nicht durchgehen. Nee, 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 nee. Freund und Selbstgenröster. 5.000 Mann hier. Nein, 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 nein. Wie geht's da her? Das ist besser. Hm, ich brauche jetzt da oben, der will weiter. Dessau. Wo ist Dessau? Ah, da oben. Und gehen die nach Magdeburg. Können wir da hinten nach. Sollen wir das tun? Ist das dumm, wenn wir das tun? Könnten auch da nach... Nö, das ist nicht so dumm. Hinterher. Und hier auch noch Magdeburg. Schauen wir mal, ob wir die auch aufreiben können. Cottbus haben wir auch gewonnen. Und zwar wir auch noch. Jetzt gehen die. Naja, die sind schon relativ schwach mittlerweile. Aber ich glaube, wir könnten hier trotzdem gewinnen. Na komm schon. Ballmütze haben wir auch gewonnen. Da sind wir mal die los. So, da haben wir einen Haufen wirklich starke Truppen. Und der Rest von euch geht nach Breslau. Da kümmern wir uns um den Rest von diesen Typen. Sehr gut. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Wir vernichten eine deutsche Armee nach der anderen. Und dann werden wir belagern. Und... Fordert schon irgendjemand von uns was von ihnen? Nein. Hahaha. Deutschland. Was können wir denn dafür Kriegsziele hinzufügen? Dieses Mal kann ich ein Kriegsziel hinzufügen und ich werde es kriegen. Hm. Vielleicht habe ich Glück und Bayern verlangt was. Oder Magdeburg oder Sachsen. Sachsen wäre auch cool. Die könnten sich da Hannover verlangen oder so irgendwas. Was ist denn das da? Hessen. Oder Ost-Hannover. Was weiß ich. Irgend so was in die Richtung auf jeden Fall. Na gut. Bis dem aber so ist, werden wir wieder Schluss machen. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlafts gut und traut was Schönes. Und bis dann.